So ihr Lieben, wir sind wieder da mit Fexanadu und ich hab ganz vergessen zu erwähnen, dass der Typ sich nicht bücken kann. Der hat irgendwie Stelzen als Beine und kann sich einfach nicht bücken. Oh Gott, nette Begrüßung hier. Echt tolle nette Begrüßung. Das Ding schlachten wir mal ab. Natoo! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, dass ich da jetzt Runde hagel. Ah, auf ein neues. Wir haben sonst nichts zu tun, als uns hier abschießen zu lassen. Ich werde nachher sowieso sehr wahrscheinlich grinden müssen. Oh Gott! Mann, gibt's ja überhaupt gar nicht. Warum? Ach, verdammte Kacke. Okay, brauche ich hier 10 Minuten, um da rüber zu kommen. Ah, jetzt aber komm. Jetzt. Ja! Toll! The glove increases offensive power. Toll, jetzt hab ich totale Offensivkraft. Man merkt nur irgendwie nix davon oder nicht viel. Aber egal. Und jetzt müssen wir da rüber. Na, doll. Ey! Und dat von der Dande. Jetzt einfach mal oben weiter. Aua. What the hell? Mann! Oh, the power of the glove is gun. Ja, das war aber kurze Offensivkraft. Ah! Neue Stadt. This is the town of Thorpa. To Vita. Waren wir doch gerade. Naja, egal. Ich zeige euch mal die Waffen, die ich kaufen muss. Me to bring energy for... Ja, okay. Wollte ich jetzt zwar nicht. Aber okay, hat er jetzt trotzdem gemacht. Von mir aus! Ja, die Waffen... Ja, hier sind sie. Hm. Hello again. Ich sag's immer wieder gern. Hello again. Ja, wir brauchen das lange Schwert. Oh, das können wir ja sogar schon kaufen. Ist das nicht toll? Ja, und das Studded Mail. Müssen wir aber auch kaufen. Thank you for shopping. Das legen wir auch direkt mal an. Weil hier kommen wir's nicht. Verdammt. Verdammte Scheiße. Weapon. Jo. Und jetzt haben wir einen langen Stab. Ist das nicht schön? That is the wound, the falls. Gucken wir mal, ob wir einen neuen Rang haben. Kriegen. Und so weiter. I shall give you a title. Ja, jetzt sind wir der Kämpferfighter. Schön. Und speichern bitte auch nochmal. You need peace of mind. Ja. Und du brauchst einen Augenarzt. Damit du nicht immer so blinzelst. Ja. Nurs und so weiter. Ich werde jetzt grinden. Stelle das Ganze also auf Stop. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir genug Money haben. Bis dann. So, ihr Lieben. Wir haben kurz gegrindet. Für mehr. Ich hab das kurz gemacht. Ähm. Und zwar sollten wir nun mit unseren 9000 Kröten ein bisschen weiterkommen. What would you like? Ja. Was will ich wohl, wenn ich zu dir komme und bei dir einkaufen will? Ja. Neue Rüstung. Und ich hab dummerweise auch einen Potion verschwendet. Das heißt, das holen wir uns jetzt einfach wieder. So. Und die Boots brauchen wir auch noch. Ah, man sollte immer alles Gute einkaufen. Immer auf dem neuesten Stand sein. Habe ich die Boots jetzt gekauft? Weiß grad gar nicht. Boah. Ja, ich guck jetzt einfach mal nach. Ne, das sind keine Boots. Ach, das hätte ich jetzt eigentlich auch gleich ausrüst. Ne, ausrüsten geht ja nicht im Laden. No shield. Was soll dat? Ich glaube, ich hab die nicht eingekauft. Die kaufen wir jetzt. Die Boots. Ja. So ist es, wenn man anfängt. Sein Gedächtnis zu verlieren. Jetzt haben wir sie aber. Thank you for shopping. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, das sind sie, die Boots. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt plaudern wir noch ein bisschen mit den Leuten hier. Hi. Gibt's uns einen neuen Titel? Ja, Warrior. Cool. Make sure you live up. Do it. Ja, ich werde dem Titel schon würdig sein. Und dem muss ich mal ein paar Augentropfen kaufen. Das ist ja nicht mit anzusehen, ist ja das. Und was weißt du? Water from three springs flows into the fountain. Also von Wasser aus drei Quellen fließt in den Brunnen. Find the three springs. Wir müssen die drei Quellen finden und somit das Wasser wieder in den Brunnen fließen lassen. Brauchen wir nicht fountain? Gehen wir da rein? Hi. Oh, der prappelt vor sich hin. Der ist bestimmt gelaunt. I hear quite often about the fountain in the sky. Aha. When you go down from the town. Down from the town. Die singen hier immer ein bisschen. Also rappen. You will come to a place where the sky opens above. Aha. They say a fountain is up in the sky. But you need wing boots. Ja, da haben wir jetzt wing boots. Das ist doch ein schöner Hinweis. Und hier? Beim ollen Marlboro, man. Möp. Ja, du verkaufst immer noch deine Schlüssel. Und du hast eine glorreiche Auswahl. Ich glaube, wir brauchen da noch einen. Und dann brauchen wir noch... Nochmal... Ja, den neuen brauchen wir ja dann sowieso, ne? What would you like? Yo. Den Key. So, jetzt sind wir hier auch eingedeckt. Thank you for shopping. Hm. Ja. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man schon Schlüssel einkauft. Bei denen habe ich übrigens gegrindet. Habe ich das jetzt angelegt? Ich habe das nicht angelegt, ne? Jetzt habe ich es angelegt. So. Ja. Gut. Dann... Wow. Ey, komm uns nicht blöd. Alte Qualle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Mimmel. Die gehen ja ab. Ja. Ja. Die droppen immer im Brot, habe ich festgestellt. Das war Choco by the Keyhole. Ja, ich habe keine Ahnung. Können wir jetzt jedenfalls noch nicht rein. Und ich glaube, hier irgendwo müssen wir diese Wing Boots benutzen. Ähm. Hoffentlich mache ich das jetzt auch richtig. I've used Wing Boots. So. Da gehen wir ganz schnell hoch. Ah, warst du gar richtig. Boah. Geht weg. Geht weg. Was jetzt? Komm uns nicht blöde. Die hat Selbstmord. Die fliegt da glatt runter. So. Da das T. Sagt uns, wie viel Zeit wir noch die Wing Boots haben. Hi. Machst du hier. I'll tell you about the water of the spring. Erzählt uns jetzt über das Quellwasser irgendwas. Hm. Ups. Fallen ist. Haha. Und ist dabei doch direkt mal weggepennt. Weil die Geschichte so wahnsinnig spannend ist. Haha. Der Wunder muss poison. Also das Wasser wurde irgendwie vergiftet. Das Gift ist almost ganz so. It's alright to wake him up. Aha. Das Gift ist jetzt irgendwie weg. Keine Ahnung. Irgendwas ist falsch und er droht wieder einzupennen. Ups. Oh. Cool. Get the key from the Guru. In the Tower of Fortrap. Oder so. Weiß ich nicht. Der Brunnen ist davor. Ja. And search for the undiscovered first found. Okay. Wir müssen den unbekannten ersten Brunnen noch aktivieren. Der unbekannte erste Brunnen. Ja. Und hier komme ich irgendwie lebend nicht mehr hoch. Deswegen. Red Potion. Ja. Na jetzt bin ich jetzt doch neugierig. Ich will jetzt doch wissen, was es da hinten gibt. Oh. Jetzt muss ich gleich niesen. Sorry. Ah. Ein Potion ist da. The power of Winged Boots is gone. Ah. Ich will die Potion haben. I'm holding Red Potion. Cool. Bekommt man übrigens natürlich nur, wenn es Inventar frei ist. Ist klar. Ja. Und die hüpfen über uns drüber. Die komische Frosche. Ja. Du 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 du. Du 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 du. Das ist fröhliche Mucke. Aua. So. Dann wollen wir mal. Aua. Ja. Komm du uns blöde. Frechheit. So. Hier hoch. Jetzt müssen wir auch ganz hoch. Aber ich töte die jetzt mal. Die droppen immer Brot. Habe ich schon festgestellt. So. Von hinten sehen wir aus, als wären wir nur mit einer Unterhose bekleidet. Ah. Das ist doch jetzt perfektes Timing. Der fällt runter und wir gehen hoch. Na komm her. Ich möchte nochmal gucken, wie viel haben wir. Ja. Wir sind gut eingedeckt. Ja. So. Was ist hier? There is a mark of check by the keyhole. Ich glaube, das ist jetzt sogar der erste Schlüssel, den wir da wieder ausrüsten müssen. Ah. Ja. Und. I've used the key. Yo. Oh. Und jetzt sind wir auch noch in einem neuen Dungeon. Das sieht nicht sehr freundlich aus hier. Aua. Oh. Ich laufe in diesen komischen Gegner rein. Und bräuchte wohl doch wieder eine Potion am besten. Irgendwas, was uns Brot gibt. Brot für den Held. Praktisch. Die geben doch Brot. Ja. Das ist toll. Die lenken wir ab. Uhu. Uhu. Du kriegst uns nicht. Hallo. Ho. 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 Ich hab mich grad festgestellt. Die können wir auch so jetzt besiegen. Das ist doch toll. Das ist doch super. Ah. Wie müssen wir nicht die Energie anwenden? Menschens, Kinder, normale. Ah. Gut. Gut. Ich glaub, das mach ich jetzt kurz nochmal. Ja. Toll. Komm, das mach ich noch einmal. Na toll. Irgendwie schenkt sich das nicht. Aua. Danke. Nee, das, das. Ich wollt, ich wollt mich aufladen gerade. Aber irgendwie ist es echt kacke, dass der Held nicht sich nicht bücken kann. Und irgendwie bringt's das nicht so. Ach. Nee, dat bringt's nicht so. Da laufen wir einfach weiter. Oh. Oh, das sieht nicht freundlich aus. Warum hüpft denn der hier immer rum? Das find ich nicht so schön von dem. Ach, fuck. Off. So. Oh, dann müssen wir da jetzt hoch. Ich weiß gar nicht. Ach, Gott. Ich glaub, wir müssen da eh hoch. Aber ich muss nochmal einen Potion verwenden. Oh, Gott. So. 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 Ja, danke. Danke für diesen phänomenal tollen Rückstoß. Blödes Vieh. Ah, müssen wir da hoch wahrscheinlich. Aua. Ach, Leck. Leck. Lass mich da hoch. Danke. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wo es lang geht. Bang. So. So. Hier hoch. Oh. Was? Shit. Das hab ich übersehen. Oh, nein. Oh, fuck. Und fliegt da runter. Natürlich. Warum auch nicht? Junge. Ich schieß jetzt um mich. Der nervt. Jetzt kann ich schon wieder eine Potion verwenden. Ich glaub, ich spinne hier. Oh, fuck. Das wird eng, Leute. Das wird eng. Aber. Wir machen eine Pause. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.